Herzlich Willkommen zu den 14 Vorteilen von Storytelling im Business. Heute geht es um Vorteil 5 der einzigartigen Positionierungsgeschichte. Ich bin Alexander Christiani, Inhaber des Instituts für Story-Marketing und werde oft gefragt, ist Storytelling so wichtig im Marketing, dass ich mich um dieses Thema kümmern sollte? Ich lasse die Entscheidung komplett bei Ihnen, stelle Ihnen insgesamt 14 Vorteile vor. Falls Sie die ersten vier Vorteile verpasst haben, da ging es ganz systematisch darum, wie Geschichten uns helfen, erstens für mehr Klarheit in der Kommunikation zu sorgen, weil wenn ich keine Klarheit habe, schalten meine Kunden ab. Wenn ich dann Klarheit habe, ist das Nächste, ich brauche Glaubwürdigkeit. Wenn meine Kunden mir nicht vertrauen und kein Vertrauen entgegenbringen, dann gehen sie dann wieder weg. Habe ich Klarheit, habe ich Glaubwürdigkeit, brauche ich als Drittes den Produkt nutzen. Und das waren die ersten vier Story-Formeln und Vorteile, die ich in den letzten Videos vorgestellt habe. Wenn der Kunde das alles sieht, sagt, Mensch, ich habe klar verstanden, worum es geht, ich glaube dem Anbieter und ich habe den Produktnutzen verstanden. Da sagen viele ja, okay, und warum soll ich kaufen? Das Produkt kriege ich ja überall woanders, an jeder Ecke auch. Mit anderen Worten, das nächste entscheidende Element, um unsere Kunden zu überzeugen, ist, dass wir sie von der Einzigartigkeit unseres Angebots überzeugen. Und Sie sehen, das, was wir ihnen anbieten, das bekommen sie nur hier bei uns. Die Formel, das zu tun, ist die Differenzierungsgeschichte. Die geht sinngemäß so. Sie sagen zum Beispiel, herzlich willkommen auf meiner Webseite. Sie interessieren sich für das Thema X und werden sich zurecht fragen, worin sich unser Angebot von Mitanbietern unterscheidet. Aus meiner Sicht gibt es drei wesentliche Kriterien, A, B und C. Wenn das in die Richtung geht, die Ihnen vorschwebt, würde ich mich riesig freuen, in naher Zukunft von Ihnen zu hören. Ganz einfache Formel. Einer meiner Kunden, inzwischen hat sie sieben Jahre einen Kunden unseres Hauses, David Wenger, Inhaber eines Ingenieurbüros bei Ulm, Wenger Engineering, ist mit diesem Konzept innerhalb von weniger als drei Jahren Weltmarktführer geworden, mit seinem Ingenieurbüro für Thermodynamik. Und gehen Sie einfach mal auf seine Webseite und schauen sich die Umsetzung dieser Differenzierungsstory dort an. Wie er dort den Nutzen herausarbeitet, bis zu zweistelligen Millionenbeträge einzusparen, wie er auf seine Kunden eingeht, von Daimler spricht, von Bosch spricht, von BMW spricht und anderen Weltmarktführern, den Londoner U-Bahnen in seinem Bereich. Mega cool gemacht, nur 70 Sekunden. Wenn Sie lernen wollen, wie auch Sie auf einen Blick in weniger als einer Minute die Einzigartigkeit Ihres Unternehmens und Ihres Angebots auf Ihrer Webseite kommunizieren, dann lade ich Sie herzlich ein, kommen Sie zu meinem Webinar Storytelling im Business, wo Sie das Blockbuster-Story-Skript kennenlernen, das Ihnen hilft, Ihre gesamte Marketingkommunikation zu dieser einzigartigen Geschichte zu verdichten. Zur Anmeldung geht es hier, freue mich auf Sie, bis dahin eine gute Zeit.